Ach, Entschuldigung, Matthias Ginder, Christian Günder. Ja, klar, ich weiß, geht mir also. Christian, ja, Fitnessstand gut, Spielpraxis natürlich ein paar Monate nicht. Wenn er bei uns im Kader ist, ist er immer ein Kandidat für Startformation. Unsere Aufgabe der Trainer ist, das Gefühl zu entwickeln, wann wir was machen. Deshalb sind wir ja da und da sind wir jeden Tag dabei, das zu überlegen und genau hinzuschauen bei jeder einzelne Aktion im Training und das auszuloten. Was ist das? Eine Frage an den Spieler Christian Günder, der sehr lange verletzt wurde. Christian Günder? Ach, Entschuldigung. Matthias Günder, Christian Günder. Ja, ja, klar, ich weiß, geht mir also. Ja, Christian Günder, pardon.